Eh, also ich mach die Ankündung, ne? Es hat schon angefangen. Eh, also ich mach die Ankündung, ne? Es hat schon angefangen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ja, hat ja super geklappt. Ja, irgendwie halte ich jetzt noch mal den Zeimer, den ich hab jetzt auch. Das kommt ganz vorne schon. Das sind nur 60 FPS und keine 120. Ja. Ja, das war professionell. Vor allem, er sagt, er zählt runter und genau wie er aufgehört hat zu zählen, hab ich angefangen und dann hat er mich gefragt, dass ich das gut zu machen. Sauglug, okay. Gut. Es wird ja in Zukunft ja besser. Ich meine, wir sind ja nicht so professionell, ne? Ich hab's nicht mehr. Äh... Was ist das denn für ein Erz? LOL, Diamanten! Nee! Guck ihr in den Chat? Geil! Sie sind richtig geil. Oha. Warte, hast du ne Eisenpick-Ex? Nein. Warte, hier bau mal den Diamanten da ab, dann kriegst du, äh, vielleicht ne Schiefen. Warte, 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 warte. Da, um, da, um, da, um, da, um, da, um. Da, um, da, um, da, um. Ha, du hast dich bekommen. Sag mal, guck mal. ich guck mal hattest du schon an der Schmiedkund also es kann alles ja stimmen Stöder wir finden das sind sicherlich uns einziehen ich habe ich mal zur Lava komm mal her ich glaub von da los mach'n Gabriel keep in Vittorium Lava Scheiße warte mal hilflich ach so ich habe keine Permission ja dann mach'n wir das wollte ich hier machen oh wenn du mit Fraps aufnimmst kannst du nachhins gold hä, was meine ach, gib mir meine Eisenpick-Ecks zurück mach'n mal bitte, gib ihnen und sorry, ich hab ihnen die OP-Rechte ja, ich nehme mir auch gerade auf, ne? ja, du, bei Fraps kann der doch eh nur den Bildschirm auf den den du, also von Minecraft ja, ich hab' nur einen Monitor gerade aktiviert ja, du kannst doch einfach mal in der Metall gehen da dann auf Pharmacy-Server und dann hast du ja, 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 das geht ich hoffe, dann wird es drauf ja, das geht wir und nur in der SPS-Zerminder, dass er aufnimmt sie gibt immer Schalop-Rechte, es geht mir auch und da ist ja ich habe ja schon so etwas ich habe jetzt das ist ein Fledermocken Oh ein Dungeon Super ich hoffe ich schreibe das jetzt richtig Ich habe Dungeon gefunden Keep inventory Keep inventory Oh Super jetzt lass ich grad nicht wo man das schreibt warte so hat sie in den Chat geschrieben Ah ich hab's auseinander geschrieben ich sicher mal den Spawner ab ne? Keine Spielregeln vorhanden Oh gib mir OP-Rechte dann mach ich das schnell Ja gib mir OP-Rechte dann zeich ich dir das Ich glaub du ich weiß was du falsch gemacht hast Okay gut Sogar im Chat wird dein Name so komisch lang geschrieben Ich weiß das ist ja voll Warte ich schreib dir mal wie man das richtig schreibt Ja Ich hab das EIN Oh schreibt man das? Hättest du das True vergessen? Nee ich hab das Inventory äh Wie das E von Inventory ist gut Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her Warte, warte, warte ich mach das jetzt kurz Ich hab das schon eingestellt, guck doch mein Chat Achso Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal da Da Schön Sieh, die da ist schon alles gefarmt Ich hab sogar zwei Schallplatten, die ich dem gleichen bekommen Hey Nehme ich mal die Kisten mit Warte, ich schenke dir hier ne Schallplatte, ich hab die gleiche auch Ja Da, kannst die haben Da ist sogar ne Katze drauf Ist das geil Ist das geil Wollt man den, bekommt man den Scherzack zurück? Äh, zack, rück Ja, ich hab noch wohl einen Dia gefunden Ich wollte es dir eigentlich zeigen Okay, zeig Dann müssen wir aber wieder zurück Jaja, ich reile Ich hab dich auf, jetzt mit dem Lara Ne Na, guck dir das an Okay, warte, warte, noch nicht ab, noch nicht ab So Jetzt machen wir uns erstmal einen Ofen Ja Okay, warte Bist du ja auch mal ne Werkbank? Ja, ich hab eine, warte Und jetzt hier, ich mach den Ofen Okay Weil da warst du hast du schon einen Ofen gekraftet? Nein Dann musst du jetzt einen Ofen craften Dann musst du ja die ganze Entschließungsbekommen Ach so, wir haben So War das Brot, sie das wie ne Pizza Ey, guck mal, schaffst du es in im Chat Warte mal kurz Pfff Alter Das war Respekt auch Ganz ehrlich, die Schrift hat so einen Fehler hier drin Wir haben gleich nur noch 4 Minuten müssen aufnehmen und sobald ich Ach, gerne, machen wir ein bisschen länger, beziehen wir Jetzt alles aus dem Ofen nehmen Und jetzt bau den Dia ab Ja, ich hab jetzt einen Ja, ist egal, du kannst trotzdem abbauen Weiß nicht, kann ja nochmal nachgucken Erfolge Heiß Angelegenheit Diamanten Genau Warte mal, warte mal, warte Warte mal, warte Ja, ich... Ich muss ja... Dann... Ja, warte willst du deine Eisenspitzhacke hier bitte Ich hab meine eigene jetzt gemacht Cool Dann mach Hier, Mann Echt? Jo Jo Alter, was jetzt los? Warte, nein, aber nicht, aber nicht, aber nicht, aber nicht, aber nicht, aber Was? Egal, egal Oh, Hasentibile Hast du das jetzt schief bekommen? Äh, nö, jetzt hab ich nicht Warte, ich kann mal nachgucken, ob das mit Diamanten Folge, was hast du denn auch nicht Ja, Diamanten habe ich schon Äh, Diamanten, Tee, also das ganz lange Diamanten, die Caps Diamanten habe ich also, hast du schon zufälliger... Du brauchst die Holzspitzhacke Warte, warte, warte Warte, warte 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 Ich mach mir ne Holz Noch mehr ne Holz Hehhä bei Holz Paul Bei Holz zeig der mir nichts an? Warte mal Ah Mensch! Geh schon gef gdyrd an Bei mir zeig der all schon geschafft an Das mit Mach wie ne Holzspitzhacke und dann bauen wir die ab Mach 81 Nein Mach du erstmal ne Holzspitzhack Hab ich schon okay gut dann bei uns sind aber egal ob es geht aber es geht um vier mann im besten was ich für die Erfassungen Prozent 6 er hat uns unsere Sachen mit mir oder ja was hat ich mir noch was klappt ich muss auch noch was klappen und er hat aus Steinen ein Stick machen du weißt schon dass es nicht geht irgendwie schon muss immer noch was klappen weil die müssen noch eine Sache Kraft um eine Schiffe zu bekommen weil ich mir gerade noch ganz viele Sachen kraften ok warte ich schenke dir jetzt eine Holzachst Hauptsache ich habe sie jetzt glaube ich wieder aufgenommen nein aber ich habe hier schon eine Steine bei mir ist gerade das große Kraft ein Eisenspitze Hauptsache man im Tal ist gerade dermaßen voll ganz abdauen irgendwas hat bei dir vorhin geläutet ja mein Telefon das ist so perfekt wenn es in der Aufnahme leuchtet der dritt mein Focke Timer läuft in 28 Sekunden ab na egal da kann mir alles spielte gold ha 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 cool ja das wollte ich ihm abbonnen und dass du meine Spielsache noch gehab das ist aber eh wieder Eisen erst noch eine ausleuchten sechs Sekunden noch bevor der Timer explodiert oh mein Gott hat ja war laut ja ich wollte noch sagen ich verwenden dass sie zu Weihnachten ein neues Mikro bekommen und dann gibt es bessere Audioqualität hey obwohl es bei dir eh schon passt ich kriege dann so ein Standmikro halt also das ist halt so äh da oben geht's weiter ja das machen wir aber dann in der nächsten Folge deshalb hier noch nicht weiter also wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin tschüss